Hey und willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal. Schön, dass du auch wieder mit dabei bist. Heute gibt es dann wieder Leaks rund um Apple zum iPhone 16 Pro und ja, es ist vor allem wieder sehr viel Spannendes mit dabei. Und falls du noch kein Abonnent des Kanals bist, wirst du mich ungemein freuen, wenn du einfach jetzt kostenlos auf Abonnieren drückst und schau doch gerne auch auf meinem Instagram-Account oder auch bei TikTok vorbei. Jetzt geht's aber auch los mit dem Video. Starten wir natürlich hier als erstes mit dem iPhone 16. Genauer gesagt erstmal mit ein paar News zum iPhone 16 Pro bzw. auch Pro Max. Denn da gibt es auf jeden Fall schon deutlich mehr. Wir schauen uns hier aber noch so ein paar Sachen zum normalen iPhone 16 an. Aber die erste gute News, beim iPhone 16 Pro könnte der Akku mehr Kapazität haben. Denn diese Bilder zeigen angeblich den neuen Akku für das iPhone 16 Pro und ja, es zeigt auch ein neues Metallgehäuse und eine etwas größere Kapazität. Die Bilder stammen vom Leaker Kozo Tami, der in der Vergangenheit eigentlich auch schon öfters etwas gepostet hat und da ziemlich zuverlässige Leaks verbreitet hat. Also ja, womöglich sehen wir jetzt hier nun die ersten Komponenten des iPhone 16 Pro. Die Bilder zeigen hier nämlich einen Akku für einen iPhone 16 Pro Prototyp mit einer Kapazität von 3.355 mAh. Beim iPhone 15 Pro haben wir aktuell 3.274 mAh. Also wir haben ein ganz paar Prozent mehr beim nächsten iPhone. Aber das viel spannendere, das ist das äußere Design. Denn das hat nämlich einen ganz besonderen Vorteil. Und zwar waren die bisherigen Akkus in einem schwarzen Foliengehäuse. Und jetzt ist das Ganze hier eine mattierte Metallschale. Diese Änderung verbessert unter anderem auch die thermische Effizienz der Batterie, ohne sich signifikant auf das Gewicht des Bauteils auszuwirken. Das haben wir auch schon so bei der Apple Watch. Das sieht man nämlich hier im direkten Vergleich auch nochmal. Und das sorgt einfach dafür, dass eben der Akku im Alltag nicht so warm wird. In der letzten Folge haben wir auch schon mal darüber gesprochen, dass nun eben der Action-Button, der jetzt ja beim iPhone 15 Pro und 15 Pro Max dazugekommen ist, auf das ganze iPhone 16 Line-Up erweitert werden soll. Jetzt gibt es hierzu aber noch ein paar weitere spannende Fakten. Und zwar mit der iPhone 16 Reihe plant Apple der Aktionstaste noch mehr Funktionalität hinzuzufügen, indem die Taste von einer mechanischen Taste, also die man auch reindrücken kann, zu einer kapazitiven Taste umgestellt wird. Das kennt man bereits auch schon zum Beispiel vom MacBook Trackpad oder auch damals beim iPhone 8 Home Button. Das fühlt sich einfach nur so an, dass man diesen Button drückt. Mit einem Vibrationsmodul wird einem das einfach dann so vorgegaukelt. Aber das funktioniert auf jeden Fall schon ziemlich zuverlässig. Und wir rennen uns noch mal ein paar Monate zurück, bevor das iPhone 15 Pro auf den Markt kam. Da gab es ja immer wieder News, dass das iPhone 15 Pro mit sogenannten Solid-State-Buttons ausgeliefert wird. Also ebenfalls keine Buttons, die man richtig drücken kann, sondern ebenfalls ja diese kapazitiven Buttons. Das könnte nun ebenfalls auch beim iPhone 16 der Fall sein und eben auch beim Action-Button. Und hier soll dann auch laut internen Dokumenten unterschieden werden. Zum einen, wie stark drückt der Benutzer jetzt auf die Taste und drückt er vielleicht öfters auf die Taste. Also da könnte man auf jeden Fall noch deutlich mehr Funktionen eben mit diesem Action-Button dann ja bekommen. Ich bin da auf jeden Fall schon sehr gespannt. Außerdem hat sich Ming-Chi Q auch nochmal dazu geäußert bezüglich der Kamera. Denn es wird ja erwartet, dass im nächsten Jahr die Tetra Prismen-Kameratechnologie in beide iPhone 16 Pro Modelle gebracht wird. Also hier soll man dann jeweils einen mindestens 5-fach optischen Zoom bekommen und 25-fach digitalen Zoom. Das haben wir ja aktuell schon beim iPhone 15 Pro Max. Das 15 Pro haben wir noch nicht. Also nächstes Jahr dann wohl in beiden Modellen die identische Telekamera. Jetzt haben wir viel zum iPhone 16 Pro gehört, aber es gibt doch ein paar News zum iPhone 16. Und zwar soll sich das Kamera-Layout auf der Rückseite ändern. Und zwar wieder in ein vertikales Kamera-Layout, wie damals auch schon beim iPhone 12. Somit liegen einfach beide Kameras dann untereinander, beziehungsweise wenn man das iPhone quer hält, nebeneinander. Sorgt einfach dafür, dass man dann natürlich auch Spatial-Video aufnehmen kann. Das hat Apple ja vor kurzem schon präsentiert auf der Keynote. Dieses 3D-Video kann man dann zum Beispiel auch bei der Vision Pro von Apple anschauen. Also falls ihr eine Vision Pro habt, wird das natürlich dann ein Anwendungsfall. Vom Design an sich wird sich dann aber gar nicht mal so viel ändern. Wie gesagt, der Action-Button wird dazukommen. Aber ja, da gibt es natürlich dann noch wesentlich mehr News, wenn es dann weiterkommt. Und auch von den Displaygrößen wird es weiterhin 6,1 und 6,7 Zoll geben. Aber die aktuellen Gerüchte besagen immer noch, dass man hier ein 60-Hertz-Panel bekommt. Ich hoffe wirklich, das ändert sich noch, beziehungsweise die Leaks stimmen einfach nicht. Denn das wird einfach nicht passen. Also klar, irgendwie könnte ich es mir schon vorstellen, dass es wirklich im iPhone 16 noch ein 60-Hertz-Panel ist. Aber ich wünsche es mir einfach nicht. Denn in 2024 60 Hertz in dem Preissegment... Puh. Okay, schreibt da gerne mal eure Manuel in die Kommentare. Aber ich wünsche mir nochmal, dass das sich auf jeden Fall ändert. Darüber hinaus wird es dann natürlich auch den neuen Prozessor geben. Ob es nun der A17 Pro ist, wie aktuell, oder vielleicht schon der A18, ist aktuell nicht bekannt. Ich gehe von A17 Pro aus, wie auch die letzten Jahre der Prozessor aus den Pro-Modellen. Und da gibt es natürlich auch die angesprochenen KI-Funktionen. Da haben wir letzte Woche schon mal drüber gesprochen. Das natürlich auch beim iPhone 16 und 16 Pro. Das heißt, dass Siri einfach nochmal deutlich, deutlich schlauer werden soll durch eben KI. Bei Apple Music wird sich hier was ändern. Bei Pages und Keynote wird man durch KI beim Schreiben unterstützt. Also da bin ich auf jeden Fall schon sehr auf iOS 18 gespannt. Soviel also erstmal zu den iPhone 16 Leaks. Aktuell ist es bei den anderen Produkten so ein bisschen ruhiger. Eine News, die ich euch aber noch mit auf den Weg geben kann. Falls ihr Apple Music im Alltag nutzt, da gibt es jetzt den Replay für das aktuelle Jahr. Also da wird dann geschaut, ähnlich wie bei Spotify, welche Künstler habt ihr verfolgt, wie viele Minuten habt ihr Musik gehört und so weiter. Dann wird dann so eine Rangliste erstellt. Ist auf jeden Fall ganz cool. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, falls ihr Apple Music nutzt, das einfach mal abzuchecken. Da gibt es auch so eine Replay-Playlist. Da hat man nochmal die ganzen favorisierten Songs, die man so immer gehört hat im Jahr in einer Playlist. Ist auf jeden Fall ganz cool. Geht über eine Webseite, beziehungsweise in der Apple Music App wird man da auch direkt dann weitergeleitet. Ja, also checkt das auf jeden Fall aus. Ich finde es ganz cool und das hier sind meine Top Artists in diesem Jahr. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie es bei euch so ausschaut und wie viele Minuten habt ihr gehört. Bei mir sind es glaube ich 23.000 Minuten. Also ja, zeige ich euch auf jeden Fall nochmal. Aber ja, das auf jeden Fall nochmal so als kleiner Tipp. Und damit sind wir jetzt auch schon wieder am Ende des Videos eingekommen. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Hier ist auf jeden Fall wirklich sehr, sehr viel Schnee. Mal gucken, wie ein richtiger Winter. Also mach's gut. Bis dann. Ciao.